hallo und herzlich willkommen zur zweiten staffel von minecraft nitro wieder mit dabei mit den anderen ja ich grüß dich ja ich weiß doch nicht was ihr machen wir noch erklären stimmt ja dann macht du mal den ersten erklärbären also ich als projektgründer sozusagen er hat er ist ja ja wir hatten quasi ein server problem das war ein serverzentrum irgendein technischer defekt ein technischer defekt dass die ganzen server quasi resettet worden und unsere welt nicht mehr da war deswegen sind wir jetzt quasi auf einer neuen welt und fangen jetzt neu an und wir haben uns dazu entschieden quasi eine Staffel 2 daraus zu machen ich weiß nicht wie es bei euch ist ich mach bei der frauen folgen zwei weiter und hab halt nennt Staffel 2 ja und alle anderen von uns fangen einfach bei null an das ist richtig also bei null nicht aber bei eins ja ist klar ich benutze jetzt kein Text mehr nur noch Shader jetzt für die zweite Staffel ich geh auf meinen Berg noch ist es nicht deiner mein Freund es ist unserer nein 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 wir teilen uns dazu habe ich nicht ja gesagt ne ja Leute kurz zur Erklärung wir haben hier einen richtig geilen Berg und da kann man richtig schön drauf bauen und er gehört mir also drauf bauen eher weniger weil der relativ wenig grundfläche oben drauf hat aber sonst ist er ganz nett ja ich habe mir trotzdem um ich bin ich baue mir hier trotzdem auf welchen wir sind auf normal okay ja gut also das gebiet um den c und das ist schon mal für mich gesicht okay schön dass alle jetzt schon in der ersten Folge folge sterben ja das finde ich auch toll gerade also ich ich weiß ja nicht was ihr macht aber ich hätte keine Biene auch wie süß was passiert wenn man aus der 1.8 kommt in die 1.15 willst du mein Freund sein nein flieg ich weg bitte nicht du bist mein einziger Freund nein ich habe mein Haus verloren so du hast noch gar kein Haus wie kann ich das verlieren tschüss oh mann die Bäume sind da alles so groß ich weiß echt nicht mehr wo ich hin muss oh ich bin schon Zombie ja ich habe ein Skelett an meinem Arsch kleben das war nicht so clever bei Nacht anzufangen wisst ihr das wir haben bei Tage angefangen aber irgendwer okay das war jetzt ziemlich unnötig ich habe schon mal einen Knüppel also okay der Zombie bleibt im Wasser ich bin gerade dabei mich ein bisschen auszurüsten das sieht auch nett aus da hinten aber ich bleibe hier wo ich jetzt bin ich bin hier ganz zufrieden wo ich jetzt gerade bin da gehört der Berg ja mir nimm deinen kleinen Berg ich werde dich früher oder später werde ich vorbeischauen oder dich untergraben dass seine Hierarchie zusammenbricht also ich weiß ja also ich weiß ja nicht bin darüber sehr glücklich jetzt weil ich habe hier so geile Ideen auf dem Berg aber nicht dass du meine Batcave auf der aus der ersten Staffel äh kopiert natürlich nicht aber ja in die Erde wird schon manchmal gehen aber nicht so wie bei dir jetzt dass ich da ein riesen Teil aushebe oder so äh bitte nicht sterben bitte nicht bitte nicht liebe Skelett bitte lass mich in Ruhe ich habe dir nichts getan ich will dir auch nichts tun oh man ähm so äh ich würde sagen ich gehe direkt mal in eine Höhle rein äh äh ja ich werde mir das fängt schon mal gut an puh was fängt denn bei euch immer zu gut an also ich habe gerade gar keine Probleme ja ich auch hat exakt ist gut anfängt kannst du nicht zuhören schön creeper oh jetzt kommen die Achievements ja bei mir ist glaube ich noch nicht ganz weit scheiß creeper sorry an meine Zuschauer wenn ihr gerade nichts seht ich habe nämlich noch keine Fackeln und nichts ach jetzt habe ich Fackeln Kohle ich habe noch gar nichts ich habe nichts ich habe noch nicht mal Kohle ich habe welche haha ich auch Stein nein wolltest du mich jetzt mobben oder was nein nein um Gottes Willen also wie war das neun von zehn finden Mobbing gut ne ok neun von zehn Leuten finden Mobbing ok es gehört zum Leben dazu ich sag's mal so puh puh ähm was mache ich hier jetzt ja das Leben ist hart kann man nichts dran ändern so ich muss jetzt hier die Nacht abwarten toll mit euch ist das Leben auch hart wöc wolltest du jetzt zu sagen darf das server läuft meiner meinung nach jetzt besser als vorher weil wir noch nicht so viel haben wir wollen noch gar nichts haben wir sind alle obdachlose straßenpenner die nichts haben ja ich habe meinen ersten steck fackeln auf jeden fall dein erster steak 64 und 12 hatte ich ich habe gar nichts der typ da kommt ein zombie auf dich zu aus dem wasser ja der kommt so mein monster kämpft hier oben ist ja richtig so hier ist ein bisschen kohle da unten das sieht aus wie fackeln bei hat da unten natürlich auf volle aussicht auf dich los die lex ich komme jetzt zu dir eben groß ist damit du mich findest ich weiß ich weiß ja wo deine unterführung da ist bin da schon längst weg habs 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 und ein zombie oh gott und ich kann ich ja nicht davon hat geknallt das war taktisch hier wird es schön ein bisschen kohle ist nicht die kohle da hinten sagen wir sie eigentlich schnell weil ich habe noch ein stück ich habe noch was für dich erwarte ich bin ich sie einfach hier hin du wirst ja schon finden ja mach 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 so freude ich halte mich da ganz raus auf wiedersehen also die staffel fängt echt richtig gut an oh ja oh ja gott das sind skelette da hinten oh mann so ich geh dann mal nach hause aber was ich gut finde fangen jetzt wenigstens alle bei null an ja das habe ich auch gesagt also das war für mich auch ein grund warum ich auf staffel 2 bock hatte weil dann hätten wir alle gleich an oder haben alle gleich angefangen jeder hat ungefähr denselben fortschritt es hat seine vor- und nachteile die staffel 2 jetzt unter anderem meine diamant und meine katze sind weg meine schöne katze ja jetzt heu mal nicht rum genau stell dich nicht so mädchenhaft an ich sehe meinen ersten zombie krass oh gott das wird mir relativ zu viel hier ich bin gleich schon wieder tot ich bin gleich schon wieder tot zwei zombies gleichzeitig hallo 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 magst du mir da mal helfen ja komm mal runter ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot oh nein noch ein zombie hilfe war ich nicht immer war ich nicht immer der der so gestorben ist versprinten ich kann nicht versprinten hilf mir bitte ja ich bin gerade bei nein jetzt achtung baby zombie der bringt mich um nix ich hab gar nix oh scheiße ah oh junge all das in ihr aggressiv die kleinen vier da 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 hier hier oh leute chill doch mal alle ok das skelett ist jetzt gar nicht gut nö oh warte mal warte ich glaube ich hab ein paar Sachen von dir ja kann sein ja du hast alle Sachen von mir bitteschön den Restwerter wir wohl da nein hinkriegen aber du bringst mal das gelten ich hab gar nix hallo spinni baby zombie baby zombie oh mein Gott wer hat denn hier eine crafting table hingestellt ja das ich das war meiner da hinten war noch ein skelett noch ein skelett alter wir sind ja nur am sterben aua kraft so ich hab schon ganz nette ideen für dich dafür zwei ja ich eigentlich auch aber ich glaub das wird so nix ne oh mein Bein ich hab grad so einen Krampf bekommen ich hab schon wieder das gelerdt ich hab schon wieder Pampo ha 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 zack so dann machen wir das so ich hab übrig gelassen ich sag mal ich hab draufgegangen bin oh leute das Wetter ja endlich ich hab eine Sache eben vielleicht noch ein Loot wieder danke wer von euch am Ende Erde übrig hat gibt die bitte mir ich brauch ganz viel Erde ich hab noch nicht mal vier Erde noch nicht mal Holz schade ja viele kommen einfach da zu mir dann kriegst dein Zeug wieder ja warte ich dann ich weiß doch nicht was ihr macht aber ich fang jetzt mit Baun an was hast du alles gehabt äh ein Spitzacke und Holz eine Menge Holz alles bloß noch nicht wie eine Menge Holz ah ja ja ich schätz mal das und Spitzacke reicht das oder will ich noch was haben ja das reicht das reicht ich muss mir erstmal kurz ein bisschen Grundaufstattung zusammenquatschen danach gehe ich zu meinem Posten Na mein Freund, wer bist du denn? Zack also ich werde mir wahrscheinlich dasselbe Haus nochmal bauen, was ich äh in der ersten Staffel schon kappt hab so ich gehe jetzt rüber zu meiner Läge merken die wir da kappt haben zack zack dann beginne ich mal ja minus 200 minus 200 das sollte ich mir merken ungefähr gut das geht ja noch also wenn du zweimal die 200 drin hast dann geht's ja ja eine Spine ich bin schon wieder an meiner Fläche schön ah hier ist der riesen Kackhofen der Kackstift ja ja der Kackstift ähm nur für dich Herr Typ ich weiß nicht ob du das Ganze am Anfang mitbekommen hast aber der Stilex der wird da Menschenopfer vollbringen der stellt die oben auf den Berg und tötet sie dann äh das hab ich nie gesagt er hat mich da oben runter gestoßen und ich bin gestorben aber ja das kann ja mal passieren er wollte mich opfern ich hab's genau gemerkt ist hier irgendwo ein bisschen Fleisch oder so ich bin hier schon fast wieder am Verhungern mhm boah also ich will ja nix sagen aber die Welt ist echt geil die ist wirklich geil weil wir haben ich weiß nicht ob wir das alle schon gesehen haben ähm also ich bin grob mal mit Max drüber geflogen wer ist nen Dschungel wir haben nen äh nen Dschungel? da haben wir einen Melon also Nahrung wir haben nen Dschungel wir haben ne Savanne dann haben wir da hinten nen Birkenwald dann haben wir diesen oder war das nen Dschungel was ich gesehen hab ich denk schon äh nen Dinges haben wir nen Sumpf das ist gut da kann man Slimebolts unterzeugen dem mit Kammern aber dann kann's sein dass das nen Sumpf war was ich gesehen hab aber es waren auf jeden Fall äh Lianen ja das ist vom Sumpf oh man ich hätt schon glaubt er an nen Dschungel alter ein Dschungel wär echt geil gewesen da hätt ich auch Ideen gekriegt ja Dschungel wär cool äh Ding machbar nur mal Pilz super ähm du brauchst ne Schale und einen roten und nen braunen Pilz die packst du zusammen in ne Werkbank also ich bin jetzt auch mal auf Luxus ich hab's immer noch nix äh kaum was hierher Zombie oh hier ist ein Fisch hier sind Fisch hier sind Fisch die kann ich jagen kann ich jagen Alter wie viel Eisen hier ist krass du hast schon Eisen wie cool ich bin grad nur aufbauen ich hab jetzt noch nicht so wirklich das ist natürlich wieder typisch alle sind schon wieder bei Eisen und ich hab immer noch meine Stein Sachen ja ich hab auch noch meine Stein Sachen aber ich hab schon 25.000 aber ich dachte schon dass ich wieder hinterher hänge aber ich glaub du hast mich ab jetzt angesteckt mit Stein Sachen weil ich bau grad nur mit Stein Sachen ja ja am Anfang ist klar dass jeder nur Stein hat aber trotzdem nirgends passt er nicht ich hab mindestens in den ersten paar Minuten schon ein bisschen gehabt immer fast so super solange so oh ja da hinten ist ein Dschungel ich seh's grad auch ich hab ne richtig schöne Aussicht von hier oben Dschungel oder in Sumpf in Sumpf sorry sorry achso oh wow da hinten ist meine Trube ich bin eigentlich meine Werk ja da 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 Vielen Dank.